Was passiert jetzt mit mir? Das weiß ich auch noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wer sitzt denn da hinten? Das sind meine Kollegen. Ich bin Asta. Ich hab dazu beigetragen, dass drei von Schubis Helikoptern in die Luft geflogen sind. Ja, und ihr? Da gibt's meinen nicht. Ja, drei von Schubi und einer von Titan. Willst du das Auto auspacken? Mit dem Helikopter fliegen, Schubi? Du weißt, wie das endet. Soll ich einsteigen? Steig ein. Schubi? Ja. Nach was riecht das hier? Nach was riecht das hier, Schubi? Was meinst du? Keine Ahnung. Titan, weißt du, wonach das hier riecht? Na, Pornflicks vielleicht. Ich würd mal sagen, das ist die Partykutsche. Ist das jetzt die fünfte oder die vierte? Das ist, glaub ich, die fünfte schon. Die fünfte? Oh, nice. Steig mit mir. Oh, mal mit einem Schiff. Das macht ja keinen Spaß. Nur einen Schiff? Nein, nein. Das ist jetzt die Partykutsche. Komm, wir holen die an. Wir holen deine Kollegen ab. Dann sind wir die rechte Partykutsche. Alles klar. Okay. Wollen wir jetzt weiterfliegen oder was? So, ja. Steig ein. Steig alle ein. Ja, los. Ich sitz vorne. Ich geh zu diesem lieber hinten. Sind wir jetzt... Können wir jetzt endlich loslegen mit der Partykutsche? Können wir jetzt endlich anfangen, Dominik? Ja, klar. Komm, Asta, leg los. Für die, die die Partykutsche noch nicht kennen, in der Partykutsche muss man sich immer beweisen. Und wer sich in der Partykutsche nicht beweist, der ist halt nicht der Partykutsche würdig. Also, ich bin cool. Das reicht. Jetzt müsst nur noch ihr was machen. Okay? Asta, das reicht nicht. Doch, ich mach erst mal die Suchlichter an. Wie wär's damit? Wir fangen klein an. Searching Light Activated. Oh, shit. Ne, wir fangen erst mal anders an. Äh, Titan? Ja. Mach mal Beatbox. Kennst du dich ja aus. Ich weiß, deswegen machen wir das ja. Wir machen jetzt Beatbox, also los, Titan. Wir prüfen. Ja, dann mal los. Ich zähl bis drei, ne, und dann geht's los, okay? Okay, 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 okay. Alles klar. Eins. Zwei. Drei. Nice. Enzion, hörst du mich? Oh, sind ja alle nicht da, oder was? Hallo? Enzion, was kannst du? Dich aufeinander nehmen. Sag mal los. Zeig her. Du nimmst mich jetzt auseinander. Nein, keine Ahnung, Mann. Wollte ich rausspringen? Enzion, wenn du rausspringst, bist du schon mal ein ganzes Stück weiter. Oh, haschig. Dominik. Dominik. Du bist doch noch gar nicht dran, Dominik. Dominik, mach schon die Lugis hier. Oh, shit. Oh, my God. Dominik. Oh, shit. Dominik, sie heilt. Oh, my God. Das ist der vierte von Schobi. Wir haben die vier voll. Wir haben die vier voll. Oh, my God. Ja, guten Tag, Herr Vogel. Ja, die Frau hat sich meinen Anwälten widersetzt und unabsichtlich hat sich einen Schuss aus meiner Waffe gelöst. Die Prostituierte hat das verdient, Maria. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Man sollte dir eigentlich einen Ordner an die Brust knöpfen. Also, ich hatte letztens das Vergnügen mit der Frau Oberkommissarin Sunny, ja. Warte, warte, warte. Jetzt seid mal alle leise hier. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Was hast du gesagt mit Sunny? Was hast du mit Sunny gesagt? Ja, da schmunzelst du nur, ne? Ja, bitte? Wenn du das nächste Mal noch irgendeine Scheiß erzählen solltest mit Sunny. Du weißt ganz genau, was die Sunny mir gehört, ja. Und die Sunny weiß das auch, ja. Und die macht nichts anderes. Denn meine Waffe hat das größte Kaliber von allen. Habe ich gestern aber anderes gehört, der Asta. Was hast du denn gehört? 12 cm Kampf, ne. Das ist doch nicht so das große Kaliber. Und wer hat die das erzählt? Oxy, Sunny. Es sind einige, die mir das erzählt haben. Ja, warte, ich habe ein Sturmgewehr. Ich habe ein Langschwert. Wohl eher ein Dolch. Ich will das noch merken, was du davon hast. Versorg uns lieber mit Wasser. Du verstehst, was ich meine? Und dann klappt das alles, so wie es klappen soll. Warum fährt da gerade ein Kart lang und sie halten mich an und nicht das Kart? Eine Ahnung. Weil ich einen Kaffee bringen wollte. Achso, danke schön für den Kaffee. Ja, leider, hier sind mega fiese Leute um den Kavaller rum. Ich glaube, wenn ihr hier ein Ding starten würdet, würdet ihr hier ziemlich auf die Fresse kriegen, Alter. Okay. Ja, definitiv sind zwei Streifen in der Nähe der Bahn. Circa 200 Meter vor uns. Okay, dann wissen wir bestimmt. Aber gestern ist alles glatt gelaufen, oder? Ja, ja, gestern war... Easy. Du bist ein sehr guter Informant, Alex. Ja, kannst du Cracker fragen? Wie kann man vertrauen? Endlich mal einer, der Eier beweist. Ey, Cracker! Ja? Ich habe 25 Dietrich hier. Lass uns ein paar Autos aufknacken. Okay, wir müssen dann auch weiter zu unserem Job nachgehen. Wenn ihr das Gegenheil dort da hinten einnehmt, dann komme ich wirklich persönlich vorbei. Ja, das werden wir doch niemals tun. Ich habe den Arzt auf Augen gesehen. Du kommst da nur vorbei, damit du uns beschützen kannst, nicht wahr, Maya? Vor den anderen Bullen. Der da hinten mit dem Strohhut steht, sie merken selbst, dass der ja mich bedroht, ja? Ich check hier alles mit. Okay, gut. Ich glaube, die Chiefs, die machen alles korrekt. Das glaube ich auch, Mentor. Das glaube ich auch. Das habe ich auch so verstanden. Korrupte Polizei. Was glaubst du, wo stehen denn Autos? Jetzt brauchen wir noch von der Leitstelle ein paar Koordinaten von den Autos. Von der Leitstelle? Guck mal, der hier. Oh, der ist mit. Tempest. So einen brauchen wir. Alter! Oh, ich bin tot! Das schaffen wir niemals zu kriegen, oder? Nee. Bist du dir sicher? Ja, wie willst du das denn machen? Die stehen da hinten daneben. Soll ich mal gucken, Cracker? Ja, warte, ich halte auf eine andere Seite. Dann lau schnell. Hirsch dich ran. Mach ich, mach ich. Okay, ich sehe. Ich könnte ihn knacken. Wenn er abbricht, geht Alarmanlage los und bist gefickt. Glaubst du, das soll ich nicht machen? Weiß ich nicht. Komm, wenigstens gib mir noch mal ein paar Dietrich hier, damit du nicht alle verlierst. Das Schlimme ist, du musst dann auch noch dich reinsetzen, ne? Meistens wirst du dann, also, er könnte sein, dass dir dann die Reifen zerballert. Ich weiß nicht, ob es gut gehen würde. Könnte, könnte aber auch nicht halt. Ich gebe dir mal 24. Ich brauche ja eh nur einen. Okay, ich versuche es jetzt, ja? Gehe genau auf einer Seite, ne? Genau. 20. 25. Oh, komm, bitte, bitte, bitte. Ja, die unterhalten sich noch, so mit Elektrotherapie und haben sich noch ne magische Pille und so. 45. Du bist auf jeden Fall geschnuppert. Alter, Tom. Lenk ihn ab, Tom. Lenk ihn ab, Lenk ihn ab, Lenk ihn ab. Lenk ihn ab, Lenk ihn ab. Ja, mach ich. Schnell, doch 93. Schönen guten Tag. Ja, da war es nur eine Frage. Und zwar... Ähm, entferne... Ich, die Tobias. Fahrzeug entfernen. Fahr. Fahr. Ah, ah, los, 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 ja, ja. Fahr weg, fahr weg. Wir treffen uns, äh, Kupferverarbeiter. Okay. Fand ihn daher. Dann müsst ihr wegdrängen, ihr müsst ihr wegdrängen. Genau hinter dir. Versuch die wegzudrängen. Man muss sie ausbremsen. Gib einfach Gas, gib einfach Gas. Ich gebe Gas. Nicht mich abdrängen. Dräng den Typen ab. Ja, ja. Tempest. Wenn sie dich rammen, dann ramst sie zurück. Oh ja, Wallah. Achtung. Darf ich? Ja. Ich setze dich vor denen. Achtung. Hier spricht die Polizei. Sofort steht ein Auto oder wir öffnen das Feuer. Nice. 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 Du hast die beide. Nice. Easy. Und ich hab Frame Drops. Okay, es geht wieder. Okay, jetzt müssen wir so schnell zum Auto schiebern, ne? Das ist Tom. Hammergeile Arbeit. Soll ich von der Hauptstraße runter am besten? Ja, ja. Ich fahr mal hier rein. Vor allem, als du gesagt hast, ich soll den Bullen ablenken. Ja, ich hab erst mal gefragt, ob man auch Donuts kaufen kann. Und er meinte so, als du das geknackt hast, der Rennos ging einfach ignorieren. Und er hat von mir weitergeredet. Sag mal im Zeit. Leute, wer hat mein LKW gerade bei der Tools-Gruppe geklaut? Kann ich den irgendwie wieder zurückbekommen? Bitte, ich bin neu und hab kein Geld mehr. Nein, der hat mich RDM'd. Echt? Ja, der hat mich den Tag RDM'd. Ich wurde grad von Bullen überholt. Ich weiß nicht, ob die zu euch wollen. Kann's kommen. Ich sehe keinen. Nice. Einparken, aussteigen und chop chop. Was verkaufen wir denn? Tempest natürlich. Du hast ein Tempest-Tanken für 160.000 Euro verkauft. Ja, der kann ich bitte mein LKW zurückhaben. Schreib einer mal am besten. Ist schon zu spät. Wer überbringt ihm die traurige Nachricht? Oh, bitte ich, bitte ich, bitte ich. Ja, schreib ihm Zeit. Schreib das, Melli, komm. Ah, Tom war scheiße. Aber schreib ihm das auch nochmal. Bring's ihm sehr viel bei. Bring ihm das schonend bei. Ja, wie bei Scary Movie. Ah, ich hab deine Katze überfahren. Dann wäre er, wenn es tot. Ist das dein Ernst? Das, mein Freund, sind wir, die Chiefs. Ja, ich hab deine Katze überfahren. Hahahaha